Für uns ist ein ganz großes Problem, dass heutzutage Landwirte einfach gezwungen werden, einfach austauschbare Massenbüter zu produzieren. Servus, hier ist der Sebastian von Age of Plants. Unser Ziel ist es, die Landwirtschaft in Deutschland in der Fläche nachhaltiger zu machen, und zwar durch einen ganzheitlichen Ansatz. Nachhaltig bedeutet dabei vor allem für uns, dass die drei Faktoren Ökologie, Ökonomie und auch das Soziale im Einklang sind. Das Ganze nennen wir bei uns Ökosystemwirtschaft. Viele Probleme sind unserer Meinung nach einfach ganz stark mit der aktuellen Wertschöpfungskette verbunden. Also das heißt vor allem, dass die Menschen, die die Lebensmittel in Deutschland produzieren, unserer Meinung nach zu weit entfernt sind von den Menschen, die in Deutschland die Lebensmittel einkaufen. Und unser Ziel ist es, diese zwei Parteien einfach wieder näher zueinander zu bringen, einfach durch neue Wertschöpfungsketten. Ich freue mich total auf den Praxistalk. Ich freue mich auf die Diskussionen über neue Wertschöpfungsketten. Ich freue mich vor allem darauf, zu sehen, wie wir noch schneller vorankommen können, was wir besser machen können. Und vor allem hoffe ich persönlich, dass sich auch einige Landwirte angesprochen fühlen und danach auf uns zukommen. Ich freue mich total auf den Weg.